Herzlich Willkommen bei The Binding of Isaac, präsentiert von eurem Doktor, dem ihr alles sagen könnt. Dr. Game Chunk. Ja, wie auch immer. So, letztes Mal haben wir ja schön gegen Satan verloren. Ich möchte jetzt in den Stats gucken, ob es als Mom Kill zählt. Nein, da wir nicht in die Truhe gegangen sind, aber als Tod, weil wir gestorben sind. Ja gut, das merke ich mir, weil dann werde ich so schnell nicht mehr zu Satan gehen. Nicht, bevor ich wirklich OP bin. Also, machen wir ein Random Run. Ja, mit Magdalene. So the lie. Ja, letztes Mal, was haben wir, glaube ich, auch mit ihr gespielt? Oh, oh, ganz billiges Item. Aber besser als gar nichts. Ich meine, 10 Bomben sind okay. Besser als gar nichts, aber nicht, dass ich wieder so wenig Laufspeed habe und deswegen verliere. Das wäre nicht angebracht. Außerdem würde ich, wenn die Map ein bisschen durchschaubar aufgebaut wäre, wäre... Oh, lalala. So, dann, äh... Ja, genau. Dann könnte ich... ...vielleich auch den Secret Room finden, aber so wohl eher nicht. Ja, das ist alles viel zu unvollständig, sag ich schon, ja. Hey, bleib da. Junge, verarsch mich nicht. Hey, das zählt nicht. Ach, was soll's. Es wird wieder ein Fünf-Minuten-Run. Gefolgt von dem Fünf-Minuten-Run. Gefolgt von dem Fünf-Minuten-Run, ne? Ja, mein Lieblingsgegner. Widow. Hier bin ich. Ja, genau. Mal kann's zwei Kilometer springen, mal springt's gar nicht. Ich hasse diese Blöde. So, oh. Ey, jetzt aber. Ich hab gesagt, ich hasse dich, also geh weg. Ja, mhm, drei Spinnen kurz in einer Sekunde rausgespuckt. Sonst noch was? Geh weg. Ja. Naja, natürlich muss denn da noch in letzter Sekunde einer rauskommen. So. Was haben wir hier? Tears up. Gucken wir mal. Ja, das sieht schon schön aus. Holla. Ja, da hätte einfach jetzt nix rauskommen dürfen. So. Uh, ein Herz. Ganz, ganz, ganz speziell wichtig für mich nicht. Ah, einen Schlüssel baue ich noch. Sonst wird es wirklich ein unmachbarer Run. Geh weg. Ja, immer noch nicht. Oh Gott, Leute, Leute. Was soll ich nur machen manchmal? Ich weiß es nicht. Und vor einem halben Jahr wollte ich auch noch das Video hochladen mit dem Statement, dass ich wieder da bin auf meinem alten Kanal. Und das hab ich auch noch nicht hinbekommen. Aber immerhin kann ich euch täglich mit einer Folge hier versorgen. Ja, genau. Spitzmäßig. Nein, nein. Ja, prima, prima. Prima. Ah, ich hab immer noch keinen Schlüssel. Woran das wohl nur liegen kann. Hm. Ich sollte noch öfters mit Cain spielen. Und ohne Maus im Bildschirm. Und tot. Ja, dann geh doch aus. Ja, ich hab immer noch keinen Schlüssel. Spitzmäßig. Gut, auch keinen schweren Gegner. Aber ich kann noch keinen Itemraum hier überspringen. Nicht mit Maggie. Mit Cain geht es vielleicht manchmal. Oder mit Isaac, wenn der das coole Item hat. Aber, also die D6. Walla, walla, walla. Boah. Ich muss dem Forum im Wiki nachgucken, wie man Dings macht. Der D6 für Isaac freischaltet. 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 Ja. Ist das deutsch-technisch so richtig? Uh. Und, und. Ich nimm die mal, noch nicht. So, da ich glaube zu verlieren, könnte ich es mit Brimstone versuchen. Versuchen. Ja, ich hab ja jetzt Brimstone. Dann werdet ihr sehen, wie schlecht ich damit bin. Ja, und. Woink. Boah. Cool ist es schon. Friends to the end. Und das kann man gebrauchen. Aber für eine Pille ist es ein bisschen arm. Aber, hey. Ich sollte mich nicht beschweren. Besser als irgendwie Damage, Down oder sonst was. Uh, die Feder. Ja, nehmen wir die Feder mit. Was soll's. Vielleicht schaffen wir ja tatsächlich. Moms hört damit. Ja, oder auch nicht. Hey, man kann's nie wissen, was jetzt noch für Itemräume folgen und so weiter. Vielleicht schaffe ich jetzt auch mal bei einer Blutbank das coole Item rauszubekommen, wenn ich darauf später spiele. Oder alles ist offen eigentlich. Noch. Und, bam. Ja, ich dachte, die sterben wenigstens. Okay, gut. Für ein Feuer. Ja, hier. Nein. Hey, gegen den ist es spitze. Huah. Oh, außer man trifft nicht. Dann ist es nicht so spitze. Geh weg. Nein. Fail. Das ist das Item, was ich nicht will. Okay. Und er hat uns eine Pille da gelassen, die wir jetzt benutzen. Und... Bad Gas. Auch noch okay. Alles ist besser, als zu sterben. Das sollte ich mir immer vor den Augen halten. Vielleicht... Huah. Einerseits ist es ja schon cool, weil... man dann wirklich mal trifft, so wie man will. Ah, ja. Ja, genau. Mhm. Das ist ein Barak, der angeblich behoben wurde. Aber davon sehe ich nicht viel. Man kann anscheinend kein... Also angeblich kann man kein Geld mehr verlieren. Wenn... man noch in diesem... Ja. Klink-Modus ist, sag ich mal. Stirbt doch endlich. Äh... Also... Die sind gerade eben getroffen. Da ist man ja mehr oder weniger unverwundbar. Aber... Und wenn der auf einem draufgesprungen ist, wenn man das noch wahr hat, hat man trotzdem Geld verloren. Das wurde... gefixt. Anscheinend. Und ich muss sagen, ich merke davon gar nichts. Also, dass das angeblich gefixt wurde. Ja, natürlich. Hey. Hey, ich dachte, du spuckst jetzt hier ein bisschen. Guck hier. Spuck mal hin. Immer noch nicht. Musst du nicht spucken. Nee. Unglaublich. Spuck doch. Komm schon. Spuck, 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 spuck. Oh, er will nicht. Der trollt mich. Guck. Ja, ja, jetzt, wo ich weg bin. Was, was? Hey, wo ist mein Brimstone denn? Ja, genau. Schön. Das Einzige, was mich jetzt noch richtig glücklich machen würde, wäre Epic Fetus. Hallo, 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 hallo. Ah, jetzt. Tut mir leid, ich wurde gerade eben hier gestört von unwichtigen Leuten, die keine Minute warten können. Okay, was heißt Minute? Hey, wir haben 10 Minuten voll. Yeah. Was soll man da sagen? Oh, das war schön. Und, was für eine Überraschung. Wir haben immer noch keinen Schlüssel. Ich zerbomb mich gleich, wenn es nicht... Wow. In der Special-Version. Und ich bin zu... So voll langsam. Ah, nein. Wow. Range Up. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als Range Up in dem Run, wo ich Brimstone habe. Unglaublich. Wow. Das ist so richtig spitzenmäßig. Not sure if I'm just trolling or I'm serious. Seriously. Vielleicht spuckt der ja was cooles aus. Ne. Weil ich glaub's ja eh nicht. Aber man kann's ja mal versuchen. Oh, yeah. Dead Cat. Hurra. Ja, jetzt fliegen die blöde Dinger um mich herum. Poppy's Head. Was kann man... Das gibt's doch nicht. Ich hab zwar Kohle, was mir nix bringt. Ja, was bringt mir Kohle bitte, wenn ich nicht in den Itemshop-Raum... äh, in den Raum reinkomme? Ich brauch Schlüssel, Mann. Ja, ich wein wirklich gleich. Das ist ein Altraum. Okay. Wow. Der war machbar. Der Raum gerade eben. Ja, 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 ja. Jetzt werdet ihr gleich sehen, dass ich den wieder töte versenklich. Und sicherlich keine Bombe bekomme. Äh, keinen Schlüssel. Oh. Ein Wunder. Mal gucken, wie viel der schluckt, bevor er mir was Anständiges gibt. Naja, also gut. Jetzt hat er sich schon gelohnt. Auch wenn er noch dein restliche Geld einfach so nimmt, ohne mir was zu geben. Selbst dann. Okay. 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 Portable Slot Machine. Ja, das ist so ziemlich genau das Item, was ich wirklich nicht brauche. Aber was soll's. Uh. They grow inside. Das Item wäre an für sich nicht schlecht, wenn ich auf Attack Speed spielen würde. Aber ich bin bei Brimstone. Ich weiß nicht mal, ob man den schneller machen kann. Also die Aufladung. Cool wär's ja. Aber ich glaube ja nicht. Ja, das ist... Das ist wirklich unmöglich. Ja, ich kann die nicht töten. Doch. Okay, geht doch. Nimm alles zurück. So. Full-Health-Pille. Mit vollem Herz. Oh yeah. Ich hab damit gerechnet. Nein, ernsthaft. Ich hab mir wirklich damit gerechnet. Und damit hab ich auch gerechnet. So. Tut mir leid, Collega. Naja, Geld und noch mein Schlüssel zurück. Das ist... ...besser als gar nix. Geh doch auf. So. Also... Wow, der war ja richtig smart. Okay. So, Bomben hab ich ja noch genug. Also... ...test mich mal. Vergessen, was das war. Friends till the end. Noch mehr fliegen. Yeah. Ich hab aber noch leben. Oh yeah. Und... Sehr schön. Naja. Naja. So, jetzt noch ein halbes Leben und dann ist es vorbei. Dann ist es vorbei. Weißt du was? Gehen wir mal drauf. Look at Lion, Luna. Sing for yourself. Ja, ich denke eh immer nur an mich. Go outside. Oh, ja. Liberty Cap, der gefällt mir schon viel besser. Ja, wie viele Trinkets brauche ich denn noch? Brauche ich nicht vielleicht, vielleicht ne blaues Herz oder so? Wake up. I wake up in the morning and feel like Pete Diddy oder so ähnlich. Oh, yeah. Not sure if just trolling. Ja, ich glaube, die trollen mich wirklich. Oh, oh. Welch seltene Ehre. Ja. Ja, da kommt einfach kurz der Kollege von Satan. Der Vorboss von Satan kommt da. Und ich treffe dich. Yeah, das war ein kurzer Run, eine kurze Aufnahme-Session. Hätte er sein können, dachte ich mir fast schon. Ich werde gleich wieder aufnehmen und dann mit Kane spielen. Danke fürs Zuschauen. Auf Wiederschauen. Reingehauen. Thaddeus mag euch. Und Ade. Tschüss. 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 Vielen Dank.